Nene, komm tanzen! Ich hab Ballett im Blut und nur das zählt. Um dich anzugucken, geh ich doch nicht in eine Oper. Da gehörst du doch gar nicht hin. Du passt einfach nicht in die Oper. Ich komm zum Vortanzen. Nene von Tanja Auré, zwölf Jahre. Das gesamte Lehrerkollegium sitzt in der Jury. Lasst euch nicht verunsichern. Ich finde, die kleine Nene sollte an unserer Schule aufgenommen werden. Sie leiten die Oper, aber ich leite die Ballettschule. Sie muss ganz oben auf die Liste. Hans, ich bin angenommen! Es wird dir da gut gehen. Balletttänzerin ist kein Beruf. Das ist ein Glücksfall. Ihr braucht Durchhaltevermögen, Gesundheit und Glück. Dreh dich. Eins, zwei, zwei. Dreh dich weiter. Du kannst es nicht. Roman, genau so. Lass auf! Wenn du weiterhin so viele Probleme bereitest, bleibst du hier nicht mehr lange. Ich will nicht mehr, Papa. Ich will mit Ballett aufhören. Wenn du jetzt zweifelst, wirst du es nicht schaffen. Sei mutig, meine Kleine. Ich verdiene die Rolle Schneewittchen. Eine Tänzerin muss lernen, ihre Enttäuschung zu verarbeiten. Was denn für eine Enttäuschung? Das ist einfach nur unfair. Das ist einfach nur ein Mal. Das ist ein Einzelkäufer. Da ist eine Tipp, die Herrschung ist. Das ist einfach nur ein bisschen. Schreie. Da ist ein schönes... Das ist einfach nur ein bisschen. Das ist einfach nur einmal. Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020